Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Champignons mit Riesengarnelen. Seefrische Tapas sind diese Champignons mit Riesengarnelen. Für einen ordentlichen Tapasabend sollte man im wahrsten Sinne des Wortes auch mindestens ein Fischgericht auf der Pfanne haben. Hier geht es mehr um Meeresfrüchte, aber auch die sollte man auf dem Zettel haben, wenn man denn ordentliche, frische Meeresfrüchte bekommen kann. Sind sie alt oder nicht sehr schön anzusehen, dann sollte man ein anderes Gericht herstellen. Für vier Personen werden folgende Zutaten benötigt. 400 Gramm ist gleich ca. 10 bis 12 möglichst braune Champignons. Mittlere Zwiebel, 2 Esslöffel Butter, 500 Gramm große Garnelen, zum Beispiel geschälte King Prons, 1 bis 2 frische Knoblauchzehen, 2 Esslöffel Spanischer Brandy, Spritzer Zitronensaft, 0,1 Liter Weißwein, 0,2 Liter Wasser, etwas Mehl für die Bindung, Schuss Vollmilch, Schuss Schlagsahne, etwas Chili-Pulver, Olivenöl, frische glatte Petersilie, frisch gemahlener, weißer oder schwarzer Pfeffer, Meersalz oder grobes Salz aus der Mühle. Folgende Utensilien werden benötigt. Auflaufform, 2 Pfannen, Topf, Schüsseln, Schneebesen, Messbecher, Küchenpapier, Mörser mit Stößel, Feinsieb, Bürste oder Tuch, Schere. Zubereitung Vorbereitung Die Petersilie kurz abwaschen, alles Unschöne entfernen, durch Ausschlagen trocknen, die Stängel entfernen und den Rest fein schneiden. Die King Prons unter Heißwasser abspülen und auf Küchenpapier zum Abtropfen geben. Die King Prons am Rücken mit der Schere aufschneiden und den Darm mit einem Messer abziehen. Die Pilze mit einer Bürste oder mit einem Tuch reinigen und den Stielansatz mit einem Messer abschneiden. Die Stiele der Champignons herausdrehen und fein würfeln. Die Zwiebel pellen und fein würfeln. Den Knoblauch pellen und fein hacken. Vertichstrellung Die Champignons, Zwiebel, Knoblauch mit Butter in einer Pfanne kurz anbraten lassen, weiterhin auf kleiner Flamme dünsten lassen, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die King Prons in einer Pfanne mit Olivenöl anbraten, mit Salz, Pfeffer würzen und vom Herd ziehen. Sobald die King Prons etwas abgekühlt sind, das Fleisch klein würfeln. Aus den Schalen der Krabben einen Sud herstellen, die Schalen zunächst mit einem Mörser mit Stößel zerkleinern und schließlich in Olivenöl knusprig anrösten. Die Schalen mit Wein und Brandy ablöschen, aufkochen lassen, mit Wasser aufgießen und 30 Minuten köcheln lassen. Das Backrohr auf 200 Grad Celsius vorheizen. Nach Ende der Kochzeit, den Sud in eine Schüssel durch ein mit einem Passiertuch ausgelegtem Feinsieb abseihen. Mit der restlichen Butter in einem Topf aus Mehl, Sahne, Milch eine Mehlschwitze herstellen. Die Schwitze mit dem Krabben-Sud ablöschen und so lange rühren, bis keine Klümpchen mehr sichtbar sind. Die Soße so lange einkochen lassen, bis sie sämig geworden ist. Nun das Gemüse mit der Petersilie unter die Soße rühren, mit Salz, Pfeffer, Zitronensaft und Chili abschmecken. Die Champignon-Köpfe mit Soße füllen. Die gefüllten Köpfe in eine gebutterte Auflaufform geben und etwa 20 Minuten überbacken lassen. Als Beilagen eignen sich Bargett, Ciabatta, Pide, Bauernbrot auf Sauerteigbasis, Weißbrot oder Toastbrot. Ein trockener spanischer Rotwein oder Sherry. Weitere Tapas. Diese Varianten gibt es. Es gibt mehrere Variationsmöglichkeiten. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!